Ciao liebe Zuschauer, so sieht das aus am Skistand auf der Pockeliuca in diesem wunderschönen Nationalpark. Eine im wahrsten Sinne des Wortes sehr windige Angelegenheit. Katja Bär, das wird nicht einfach. Das ist heute eine windige Angelegenheit auf jeden Fall, aber auch eine viel schwerere Angelegenheit als zum Einzel am Donnerstag. Als es nur kalt war, heute ist es sehr kalt mit minus 11, 12 Grad und dazu Schneefall. Eine sehr, sehr ungewöhnliche Wettkonstellation. Werden wir sehen, was rauskommt. Auf jeden Fall sind alle Athleten angekommen. Es war auch nicht so einfach so davon auszugehen, denn hierher führt eine steile Passstraße und es war schon ganz schön Stau. Wir sehen hier die Materialkontrolle. Das Abzugsgewicht des Gewehres wird nochmal überprüft. Das kommt jetzt zum Vorschein. Genau, da wird ein Gewicht angehängt von 500 Gramm an den Abzug, damit das auch alles korrekt ist. Und dann wird noch das Gewicht der Waffe gemessen, das 3,5 Kilo mindestens betragen muss. Ja, und hier sehen wir es auch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020